Hallo und willkommen in der Büchergalaxie. In diesem Video geht es um das Buch Rico, Oskar und die Tieferschatten. Seht ihr auch schon das Cover vorne drauf? Und dieses Buch ist wirklich eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Das Buch wurde von Andreas Steinhöfel geschrieben und wurde mit dem Deutschen Literaturpreis ausgezeichnet. Das Buch ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Weil es in dem Buch zwei Sachen gibt. Die eine Sache ist Spannung. Richtig tolle Spannung, man zittert richtig mit. Aber die andere Sache ist, dass es wirklich total witzig ist. Also man kann sich, es gibt über 20 Stellen, wo man sich einfach nur weghauen kann vor Lachen. Auch Erwachsene, nicht nur Kinder. Also es ist eigentlich für alle gedacht. Nur jetzt unter sieben Jahre würde ich es manchmal vielleicht noch nicht ganz so empfehlen. Aber die Spannung in dem Buch ist ein Entführer. Es gibt einen Entführer, der heißt Mr. 2000 und entführt Kinder immer wieder. Und er heißt Mr. 2000, weil er von den Eltern 2000 Euro fordert, wenn sie das Kind wiederhaben wollen. Und deswegen heißt er auch Mr. 2000. Und wenn nicht, dann passiert etwas. Also da möchte ich jetzt noch nicht allzu viel darüber sagen. Auf jeden Fall gibt es den Mr. 2000, der Kinder entführt. Und die Hauptperson in dem Buch heißt Rico. Das ist der Große mit dem Jojo in der Hand. Und Oskar ist der Kleine mit dem Helm auf dem Kopf. Und Rico ist die Hauptperson in dem Buch. Und der schreibt ein Tagebuch. Und das Buch ist sozusagen das Tagebuch von dem Rico. Und der freundet sich mit dem Oskar an. Und die wollen der Sache halt auf die Spur gehen. Die möchten herausfinden, wer der Mr. 2000 ist. Und wollen den Fall eigentlich auch lösen. So, dass er dann festgenommen wird, der Mr. 2000. Aber das ist natürlich nicht ganz so einfach. Er ist ja nicht dumm, der Mr. 2000. Bis eines Tages Oskar, der Kleine mit dem Helm, verschwindet. Also komplett verschwindet. Und er findet nur noch ein Merkmal von ihm. Ein einziges Merkmal. Und da weiß er ungefähr, was passiert ist. Und durch das Merkmal kann der auch noch weitere Sachen herausfinden. Und er möchte halt unbedingt seinen Freund wiedergewinnen. Weil er schon die Ahnung hat, was mit dem passiert ist. Und am Ende wird hoffentlich alles aufgeklärt. Und Oskar wird wieder gerettet. Das ist so die Spannung in dem Buch. Aber das Witzige, wo man sich einfach nur weghauen kann vor Lachen, ist, dass Oskar, der Kleine, ist hochbegabt. Also schlauer geht's fast gar nicht. Und Rico ist halt tief begabt. Und er ist jetzt nicht so richtig dumm. Also er ist schon dumm, aber er macht manchmal schon witzige und schlaue Sachen. Sonst könnte er den Fall ja nicht so einfach lösen. Also er macht schon, also sagen wir mal, er ist schon relativ dumm. Er ist auch auf so einer Förderschule. Aber Oskar ist halt hochbegabt und er ist tief begabt. Und das ärgert den Rico halt manchmal, dass Oskar so viel schlauer ist als er. Aber die sind eigentlich, also die sind Freunde. Und das Witzige ist halt, dass der Autor, also im Buch Rico, aber in echt der Autor halt, so witzige Formulierungen findet für den Rico, weil er halt relativ dumm ist, findet er manchmal Formulierungen oder Ideen, wo man sich einfach nur weghauen kann vor Lachen zum Beispiel. Das macht er ganz oft. Er macht hier so Kästchen hin. Und da versucht er zum Beispiel Bürgersteiggeher zu definieren. Und das kann er auch, aber er macht es halt mit so witzigen Formulierungen. Da geht es gar nicht anders, als ich nur kaputt zu lachen muss. Es gibt zwei Seiten und das Buch hat es für mich auch so, die zwei Sachen hat es für mich auch so spannend gemacht. Und ich habe das wirklich in zwei bis drei Tagen weggelesen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich fand es einfach nur richtig spannend und cool. Und es ist auf jeden Fall auch was für Erwachsene, weil es ist richtig spannend. Es ist auch für Erwachsene spannend. Und aber eigentlich ist es für Erwachsene, die würden sich auch genauso weghauen vor Lachen wie die Kinder, weil es ist einfach so witzig. Ihr müsst es unbedingt mal lesen. Ich empfehle euch das sowas von krass. Also als ich es gelesen habe, da habe ich das wirklich in zwei Tagen weggelesen. Und ich fand es richtig cool. Und Rico wohnt in so einem Haus, das mehrfamilie ist. Und hier vorne kann man dann noch einmal sehen, wie das Haus aufgebaut ist. Und zum Beispiel jetzt die erste Geschichte heißt Die Fundnudeln. Und da, also der erste Satz fängt schon richtig witzig an. Also Leute, ich würde sagen, das ist einer meiner absoluten Lieblingsbücher. Und ich kann es euch einfach nur weiterempfehlen. Ciao.